Bei denen ist es relativ egal, die laufen auch vorwärts. Was ist denn da für eine Schüssel im Wasser? Hier gibt es auch noch die Wollkarte. Die sitzt hier. Die ist ein bisschen haarig, wie so eine Tarantie. Das ist ein Glas. Das ist ein Glas. Das kann man da reinmachen. Da könnte man das sehen. Was ist denn zu glatt? Da sieht man inzwischen auch, dass man alte Cola-Dosen reinsetzt, in den Mehrschirm oder so. Das ist eigentlich nicht so wählerisch, aber irgendwie wird der nicht so mit dir. Da knüpfen wir einfach rein. Was sind diese Teile da? Das sind kleine Glasgäste. Ja, die werden da. Die ist ja fast durchsichtig. Umso älter werden, umso stärker färben sind. Die sind ja fast durchsichtig. Umso älter werden, umso stärker färben sind. Da sind noch viel mehr drin. Kleinere, die manchmal wirklich fast krank sind. Da sind noch zwei. 90 Gramm, das sind die? Sind das 90? Ne, das ist ein bisschen anders. Was außerdem ist, ist der Flusskrebs, der wird auch ganz viel gegessen. Und dann zählen die Breien zum Beispiel ganz viel. Der ist so ein Wasserqualitätsanzeiger, ne? Der ist so ein Wasserqualitätsanzeig.